Musik Die Aufführungen immer tolle Qualität. Es ist einfach ganz was Besonderes im Stiftshof einmal eine Oper zu erleben. Die Qualität der Aufführungen ist einmalig. 13. Mal bin ich glaube ich da, weil es immer eine wunderschöne Aufführung ist und so einen familiären Charakter hat. Weil es ein einzigartiger Platz ist, der durch die Oper noch mehr belebt wird. Ich kenne den Platz seit meiner Kindheit, aber mit der Oper ist er natürlich ganz was Besonderes. Ich komme so gern zur Operkloster Neuburg, weil die Oper ist mit der absolut schönsten Stimmung in ganz Österreich. Ich bin ein Fan, weil es eine ganz tolle Outdoor-Veranstaltung ist und ein wunderschönes Ambiente. Für mich ist das sowieso irgendwie ein immer wieder nach Hause kommen. Und ich meine, wenn sich die Kamera einmal umdrehen kann und allein diesen Sonnenuntergang auf dem Stift sehen kann. Großartig. Es ist eine Kulisse, die kein Kulissenbauer schöner bauen könnte. Bombe, oder? Wenn ich das Stiftstor passiere, da schlägt mein Herz höher und ich fühle mich hier einfach zu Hause, geborgen, gut aufgehoben. Und wenn man so einen prächtigen Spielort hat wie das Stift, was kann Schöneres passieren? Musik 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 Ja, 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 ja. Andet, manden! Alle! Amen! Amen! E' la fulgure, la patina, Si dalle luci riscaldà, E' la fulgure, E la pato, E' la pato, E' la pato, E' la pato, E' la pato, E che vuol dire? Vuoi andare e venire? Vuoi guidarmi, così? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018